Wir haben hier einen Trend herrn, die wir heute machen. Erst müssen wir über den Speichelpunkt hin. Vielleicht haben wir irgendwo einen. Ich weiß nicht wie es weiter liegt. Ich entschuldige mich für die Dunkelheit. Ne, da steht nur noch im Kreis. Dann können wir wieder raus. Aber wieder hoch? Ja. Meinst du? Ja. Okay. Na dann, gut. Warum man hier reinkam, weiß ich nicht. Man kann einfach hier rein. Hm. Dann sitzen wir ja jetzt weiter. So sitzen wir einfach hier. Das ist eine gute Frage. Sind wir nicht von da gekommen? Ja, nicht. Sind wir die? Ja, da ist sie. Da rechts ist glaub ich ein Dillenausgang. Was ist die Kiste? Wo ist denn die Höhlenausgänge? Oh! Ein Coffee to go Becher Ja Das Wichtigste Da gehts ja nichts weiter Jetzt muss ich irgendwo rausgehen hier wieder Ja, es ist ein Marta, aber ich hab heute gesagt Da ist wieder alles gut Danke Sascha Ja, ja, aber warum gehen wir da dann nicht hin Und da ist ja auch ein Da sind zwei Höhlenausgänge Ja, wie lange wollt ihr denn da kommen? Wir müssen irgendwie wieder raus Dass wir speichern können, Stefan Borke Ja eben, das meinte ich ja gerade Er wartet schnell auf mich, weil ich find den Weg da nicht Ah ja Ich weiß jetzt nicht, ob da ist ein Höhlenausgang Ob das, ob drüben auch ein Höhlenausgang ist So Wollen wir mal hier durch? Ja Schauen wir mal Was passiert Hier wird's klein auf jeden Fall 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 Oh, hier ist wieder eine battalische Tür Ja Ja Wir sind wieder im Labor Naja, das war's schon Äh, gar nicht wieder Gut Ach du Scheiße Sind das lebendige Opfer? Nö Nö, die sind nur Hals Ich glaube wir können inzwischen die Tauchhausrüstung ausziehen Okay Weil sie sich bescheuert aus Ach nee Nee Der neue Scheiße, hier ist noch ein kleiner Haufen nackter Frauen Der neueste Mode-Trend ist das Ein Haufen nackter Frauen? Hier kannst du zwischendurch eine Soda-Hausrüstung Oh, ich hab schon wieder gewonnen Warte, ich probier's nochmal Oh, ich hab schon wieder gewonnen Oh, ich hab schon wieder gewonnen Warte, ich probier's nochmal Hahahaha Alles klar So siehst du, sind immer der gleiche Kopf So siehst du, sind immer der gleiche Kopf Der war ziemlich hohl Oh Ich kann ihn Kaffee Jetzt zieht er nach oben Baby grind Der Tool ist aktualisiert Oh, find ein lebendiges Opfer Das haben wir schon Erforsche die Hänge und die Höhle weiter Ich glaub, das haben wir abgehackt Ah, okay, cool Hierdurch? Keine Ahnung Also ein ganzes Blatt kein Gang Hintermitte durch Geradeaus Oder? Ging's da nicht weiter? Wie meinst du? Ah doch, jetzt wieder Höhle Okay, ja, das hätte ich jetzt gesehen so Sorry Sorry Babarambam Sorry Da gibt's Koffer Sorry Wow Das war nicht der Koffer, das war das Gestein Viel Leuchtfeuer? Hab ich genug anscheinend? Oder? Ah nee, du hattest mir Ich kann nicht Jetzt da Ich steig nach unten Schnucki Harvey Schleider schlägt die Au, da kam ein Stein entgegen Er schlägt ein Er schlägt dich nicht da unten Aber ich stoß ihn raus dem Koffer hier Muss ich mich dücken? Wieso kann ich nicht weiter, ich kann nicht weitergehen Doch doch, muss ich dir gehen Hier Sandra Ich hab den Koffer weggenommen Danke brauche ich nicht Machst du jetzt den Scheiß Koffer auf, bittestin Ja Okay, ich mach den auf Ne, nicht den, nicht den Sonst allein ist jetzt mein Typ Ah, jetzt Wann, die für uns alle angesprochen? Geil Wir haben uns alle angesprochen gefühlt Ja Wui Opfer, wo bist du? Hier Nee Oh knapp Ich mach den Auf zu Sandra Was denn? Ihr beide durch die geschlossene Tür durch seid Bei mir war sie offen Bei mir war sie auch offen Bei mir war sie zu Und du seid ihr beide einfach gerade durch Aber du bist vorher bei mir auch Du bist bei mir vorher auch Bei mir ist der geschlossene Tür Da ist er nach oben oder nach unten? Da ist er nach oben Huiiii Wenn du so Sandra anschaust Dir so einen Neutralen Blick drauf Hm Die lächelt nie Die ist nie traurig Du rückst so den Neutralen Blick drauf Hey Cool Wow Alter Ach, diese Aussicht, das blendet direkt Cool Wow Wunderhübsch Sieht schön aus hier Das sind die Schneebälle Mhm Schön Aber ich weiß nicht Aber ich weiß nicht, ob man das wirklich von unten aussieht Oh ne Kommandozentrale, Leute Cool Ah, das ist das auf dem Video Ja Ja Gut Du 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 Ich würde eher retten. So, wie retten wir? Die Leute? Wie retten wir die? Und du meinst, das ist der Knopf hier? Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, weil da sieht es aus, als wären die Kultuskeiter. Ja, ich denke es ist hier. Ich mach es jetzt einfach. Seid ihr bereit? Ja, nein. Ist gut. Ist gut, ja. Are you sure? Ich müsste einfach die Kultuskeiter kommen. Drei Personen sein. Wahrscheinlich wird es Unstimmigkeiten liegt. Also müssen wir alle drei da draufdrücken. Ja. Du kannst ja auch selber draufdrücken. Ich habe natürlich eine Option zum draufdrücken. Wer drückt halt drauf? Ja. Bei mir passiert dann nichts. Du musst länger draufdrücken, drückt halten. Eins von drei steht bei mir. Drei von drei. Drei von drei. Drei von drei. Es riecht sich hier alles. Ja, derspring wird ab Seoul aus dem Dank. Achtung wie auch rein. gì frage haben jetzt jemanden gerettet oder die folge geht lang ich bin schon drin ich hab's nicht gesagt ich mag das geräusch nicht meine frage wenn wir alle unterschiedlich ausschauen ja dann können wir ja nicht der vater von dimmig sein stimmt eigentlich ne ich glaube es ist der vater mit zwei arbeitern oder sowas also zwei kollegen oder aber einer ist der vater wer ist denn eigentlich neben dimmig gesessen am ab also bei mir also ich weiß gar nicht das muss ich gewesen sein ich bin in der haus ja du bist dem dimmig gesessen ja du bist der vater von dimmig stimmt sieht man ja schon am kopf deswegen hat der mit so einem neutralen Blick ja auch immer ja 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 ich glaube du bist in mir drin es fühlt sich wunderbar an Als ob da noch ein großer kommt. Keine Ahnung, also das kenn ich nicht. Also ich hab's gemeint, es gehört zu haben, aber... Naja, ich weiß aber auch, dass du das Spiel ziemlich viele Soundbugs auf manches Mal auch hast. Weil du hörst es auf manches Mal auch, wenn du das ohne Gegner spielst. Komm schon. Dann auf links. Kannst du den Abend folgen? Jo. Oh, Trigger, ich wollte nicht in dich rein. Oh, es ist kalt. Es ist toll. Wir haben kein Feuerzeug, kein Feuerzeug. Da geht's auch weiter runter. Das muss doch irgendwann mal wieder rausgehen. Hier geht's auch weiter, Leute. Alter Schwiegel. Halt, ich schau mal da nach unten. Ich mach mal kurz hier stehen. Ja, hier wird's auch weiter gehen. Ich schau mal zu Sandro runter. Was siehst du? Äh, ne Gruber. Ne Medailltür. Ne Medailltür? Ne Medailltür? Warte, ich muss jetzt zusammen... Oh, wer brauchen wir? Äh, wir hätten was gebaut. Was brauchen wir? Ich weiß nicht, was das ist. So einen Stab brauchen wir hier. Was für ein Stab? Das heißt, wir müssen dort raus, wo Sascha gesagt hat, dass es raus gibt. Ja, aber... Ja, aber... Es muss doch irgendwie... Holz haben oder so hier. Was für ein dreieckiger Stab. Verstehe. Ich komm nicht hoch. AHHHHH! Ich hab Kalt. Ja, ich auch. Das heißt, wir müssen wieder nach oben, oder? Ja. Und ich komm da nicht hin. Ja. Ah ne, wir haben hier Alkohol. Ui. Nee, darf ich hoch? Alter Schwede. Mann, ich bin doch nicht hoch. Ich glaub, ich kann die Folge rausgebringen in Spielfilmlänge. Wieso nicht? Hat jemand Alkohol vielleicht? Leider nein. Als ob. Aber geh mal in die Richtung, wo du gesagt hast, dass das dort weitergeht. Hier? Dann hier? Ja, dann hier. Komm schon. Da. Lieschen Holzkissen. Scheiß, soll ja leuchtend finden haben. Kann man das aufsprengen? Kann man das aufsprengen? Oh. hast du schon dynamit alles gut doppelt hält besser da geht es raus, da können wir Feuer machen oh ja, Freiheit Luft, oh nein, wir sind im Schnee ja, aber wenigstens können wir da Feuer machen wir sehen, was die Auswirkung gemacht hat ah ja, jetzt liegt das Flugzeug vorbei ach nee, und wir schauen das Flugzeug um hier an das ist der Wrenz nach cool, toll das ist der Wrenz nach Oh nein, der Eingeborene kommt dort. Als ob sie keine Äste hat. Ich hab einen. Ich hab einen. Ich hab auch einen. Ich mach nur zwei. Mach den Bauplan einmal. Ja, mach ich hier. Okay. Wir müssen uns in unserem Haus wieder zurück. Jetzt? Jetzt zu dem Flugzeug da vorne. Oh! Wo ist das Flugzeug? Da. Geh dich um. Mann, das war jetzt traurig. Hier vorne ist ein Flugzeug. Hm? Ja da. Also die Spitze vom Flugzeug. So. Ja, aber jetzt haben die dafür überlegt. Also. Du hast sozusagen das Ende über gemacht. Oh, Birkenhans. Hallo Birkenhans. Das war jetzt grad fucking traurig, ey. Ja, jetzt haben wir... 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 Ende des Flings. Ich spüre mal eines. Reine. Huch! Das müssen wir jetzt hier machen. Ja, aber ich schwöre schon wieder. Ja, dann schau mal... Ja, dann schau mal... Ich hab eine Pistole, der darf nur... Und eine Anzeige. Ja, dann schau mal, dass wir ins Wärmere gibt, bitte. Ja. Dann Richtung Bay... Oh fuck, ich bin hier runtergefallen. Ja. Wie gesagt? Ja. Hälfte vom Leben verloren. Geht. Wo gehen wir zum Grünen? Ich glaub, das ist am nähersten, oder? Ja. Ja, äh... Oh, komm da lang. Da ist dann grün, dann ist da wieder wärmer. Wo bist du? Ich seh dich nicht. Das ist ein Milchwein. Ich seh dich nicht. Wo sie sind? Hier. Ich seh dich gar nicht. Hier. Oh, ich seh dich, ich seh dich, ich seh dich. Sandra soll es nehmen, dann kann sie sich mal anziehen. Ist ja auch ein Wildschirm. Ist ja auch ein Wildschirm. Ah, ist da auch eins? Okay. Ja. Du brauchst es nur noch eins damit. So, da. Meinst du? Ah. Mann, ist der doofe. So. Äh... Weil das... ...und den... Ich bin hier unten. Okay. Ein Hasenfest. Zwei Kleidung. Kannst du ja eigentlich dein Ding machen, Sandra? Ich bin gerade dabei. Hä? Warte mal. Irgendwas soll ich jetzt auch falsch machen. Ich würde nur noch ein Reh brauchen. Das ist ein Reh? Ja. Ein einziges. Ja, ich hab die das. Da brauch ich. Ich schieß nicht mehr. Ich hab neun, da wart's ja dann. Warte, ich bin hier unten. Warte, ich komm dir hingegen. Fang, fang das so willst, ich mein da. Mach nur doch das. So, ich hab's an. Ich hab aber keine Energie mehr. Jetzt muss ich hier verliegen, wenn du Mistfee. Hab's. Ah, sehr schön, danke. Bitteschön. Also, warte, ich gebe jetzt gleich dein Reh. Also, wie hast du's jetzt gemacht, Sandra? Ein Waschbär. Also, warte, ich gebe schnell dem Stefan das eine ein Ding. Okay, okay. Hab die Wildschweine schon? Dankeschön. Also, ich hab's jetzt. Ja, ich hab's jetzt. Also, ein Waschbär. Ein Waschbär. Ein Waschbär. Vier Wildschweine. Vier Wildschweine. Ja. Sechs Rehe. Sechs. Oh, ich war dann gegriffen. Stefan? Sind wir uns? Ja, hab ich schon gesehen. Ja, ich bin da. Warte. Oh, dann bin ich auf! Schönes Ende. Das war's, Stefan. Können wir sterben? Das ist so cool. Warte, die sind jetzt raus. Kki Dich. Das ist so cool. Ja, Mann. Ck. Das ist so cool. Bitteschön. Da ist wieder glaube ich. Es geht! Ich habe schon ein Krimineller jetzt auf meinen Kopf. Sooo, wo ist denn der? Ich habe schon ein Krimineller jetzt auf meinen Kopf. Du musst schon mal zu mir kommen, Stefan. Sooo, wo ist Sandra? Ah, das ist der andere. Ok, ich dachte, er hat er. Weil ich bin jetzt bei Krimineller. Achtung, Milzer! Oh, hol sie die Milzer. Ah, warte es. So, also wie war das jetzt schnell mit dem? Also, jetzt nochmal. Einmal Waschbär. Dann viermal Wildsau. Einmal Waschbär. Viermal Wildsau. Ja. Sechs Rehe. Ja. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und ein... Ein Hase. Ja. Zwei Kleidungsstücke und zwei Seile. Ehhh... Ah, ja. Ah, ja. Ah, ja. Jetzt, wie kann ich das denn anziehen? Fokuschen. Was? Treffen hat sie auch schon an. Hi. Jo. Kürzen! Ich bin verstanden, dass wir irgendwo hingehen, wo wir speichern können. Aufstehen, wegen den Punkten. Okay. Dann können wir jetzt wieder hoch. Also, was ist denn wo? Das müssen wir senken. Ja, ich würde sagen, dass wir mal absperren, dass wir mal den Spiegel irgendwie beenden können. Sonst... Ja, aber... Ne, was müssen wir jetzt da jetzt machen? Das ist einfach fertig, so. Wir könnten... Also, du kannst ein Artefakt machen. Oh. Ne, aber gibt's die Endsequenz nicht? Das war, glaube ich, gerade die Endsequenz. Vorhin. Und wir kommen nicht von der Insel runter. Nein. Was haben wir denn für ein scheiß Ende gebildet? Sind wir doch? Ja, gut, dann können wir ja wenigstens somit... Ähm... So bin ich wieder fast ganz... Alter, ja, 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 ja. Aber dann machen wir hier... K supp und sagen wir hier nicht, bitte aber... Fliegen bleiben. So, Oh, Heidelbeer. Da unten sind noch ein paar... runter undpsumども. Oh Mann, wir machen immer so viele damage auf Smarter. gut das ist schön da gibt es dir nicht wie steht er schon Jaja, was mir am Anfang war noch. So, jetzt gehen wir Spicer. Jo, würde ich auch sagen. Achto, wir morgen die Schneeberg. Oh mein Gott. Ja Leute, wir haben... Oh, unser Lager ist besetzt. Ich bin Steinen durch. Ja, ich weiß, das ist deine Trauer, aber... Übertreib einfach deinen Angriffen. So... Oh, da liegt einer. Jetzt fahren da nicht mehr. Ah! Ich hab Sturmen. Der Feuerhörner ist rennt weg. Ah, da ist ja. Ich auch. Gut. Dann würde ich mal sagen, wir speichern, oder? Ja. Wir speichern geht's jetzt raus. Oh mein Gott, Leute. Das war... ...interessant. Wollen wir mal verheirateln? Ja. Ich geh mal raus aus dem Spiel. Mach das... Oh mein Gott, war das jetzt lang. Huch. Radadadadadadada. Bis zum nächsten Mal dann. Ja, wir können sich immer noch rein. Tschüssi. Zum Glück gehen die Dinger nicht auf den Gebäude. Ja, Gott sei Dank. Ich hab schon ein paar Gebäude auf den Gebäude gesehen. Hm, ja. Okay, dann. Ciao.